Hi! Endlich mal wieder Cover-Vergleiche. Ich habe das so lange nicht mehr gemacht. Ich habe aber letztens über das Cover von Mr. Panassos Heim für Magisch Begabte geredet auf Instagram in den Stories. Und weil ich da genau hingeguckt habe und was rausgefunden habe, dann dachte ich mir, ich muss wieder Cover-Vergleiche machen. Ich habe so Lust darauf. Und deswegen habe ich das heute für euch. Ich habe vor allem Bücher rausgesucht, die ich persönlich als Hörbuch gehört habe. Ich weiß nicht, warum es so passiert. Ich bin durch meine Goodreads gescrollt, die letzten Bücher, die ich so gelesen habe. Und das waren die Bücher, die mir am meisten aufgefallen sind und ich vergleichen wollte. Und deswegen mache ich das heute. Stellt euch nicht daran, dass ich irgendwie rot bin. Ich glaube, ich bin allergisch gegen ein neues Produkt, das ich heute ausprobiert habe. Ich muss nochmal ausprobieren, um sicher zu gehen. Aber es juckt auch ein bisschen. Ich hoffe, es geht ein bisschen zurück. Jetzt gleich. Naja, fangen wir mit einem, dem einzigen Buch an, was ich tatsächlich hier habe. Ich fange mal heute mit den deutschen Covern an und dann gehen wir auf die Englischsprache gegenüber. Ich denke mal, die Deutschen werdet ihr eher erkennen. Und wenn ich erst über die rede, vielleicht ist dann die Überraschung größer von den Originalausgaben, die ich übrigens alle wieder von Spotify habe. Also wenn Spotify die als das Buch ausspuckt, wenn ich einfach den Namen eingebe, dann hoffe ich, dass es das Original ist. Auf jeden Fall, das erste ist Dry von Neil und Jared Schusterman. Ich blende es euch wie immer ein. Ich gucke jetzt mal auf die Ausgabe, die ich habe. Die ist offensichtlich glänzend. Was, glaube ich, das Original nicht ist. Zumindest sieht es von dem Cover nicht so aus. Aber da sind wir noch nicht. Ich denke, also oben und unten ist schwarz und es blendet so ineinander über zu diesem roten Teil in der Mitte. Ich weiß nicht genau, was es sein soll. Es könnte Feuer sein. Von ganz weit weg. Weil es so rot-schwarz-fleckig ist. Es könnte aber auch sehr, sehr trockene Erde sein. Was ich als erstes immer gedacht habe. Aber dann muss es so rote Erde sein. Gibt es ja in Afrika zum Beispiel sehr, sehr rote Erde manchmal. Oder es sieht auch ein bisschen wie Wasser aus, muss ich sagen. Aber worum es dann rot ist. Vielleicht wegen Blut. Es könnte Blut sein. Auf jeden Fall spielt das Buch, die Geschichte hier zu einer Zeit, wo es kein frisches Wasser gibt. In Amerika, glaube ich. Und die Menschen gehen dann gegenseitig ganz schnell an die Gurgel natürlich. Wenn man seit Tagen kein frisches Wasser mehr hat, nicht mehr genug zu trinken bekommt, sich nicht waschen kann und so weiter und so fort ist das natürlich. Das ist eines der schlimmsten Sachen, die passieren können für uns Menschen, weil Wasser wirklich lebensnotwendig ist. Und ja. Deswegen ist diese Schrift so dry, ja auch so... Ja, wie nennt man das? Nicht gesprungen, sondern... Im Englischen sagt man cracked. Ist es doch gesprungen, oder? So wie wenn irgendeine Schüssel kaputt geht, dann sagt man ja auch, das ist gesprungen. Naja, es sieht auf jeden Fall so aus, als wäre es super ausgetrocknet und dann dadurch halt... hätte es so Risse bekommen. Und da fehlen auch teilweise beim Open Day zum Beispiel oben so ein Stück. Und dann mittendrin ist dieses Streichholz, wo eigentlich Feuer rauskommen könnte, aber da das Feuer quasi im Hintergrund ist, ist da so quasi in Flammenform ein Schluck Wasser. Ich finde, das symbolisiert das Ganze irgendwie gut. Das heißt ja auch dry, also trocken. Man möchte das Wasser haben, bekommt aber eigentlich das Feuer. Ich weiß nicht, warum das andersrum ist hier, weil man möchte ja eigentlich nicht das Feuer haben. Und deswegen sollte man hier nicht dagegen dann enttäuscht sein, wenn man Wasser hat. Aber es ist auf jeden Fall zwei unterschiedliche gegeneinander gegensätzliche Elemente, Feuer und Wasser. Und das ist ja schön hier gespielt miteinander, dadurch, dass halt das Übliche dieses Streichholz, das normalerweise Feuer spendet, in diesem Fall Wasser spendet. Aber es ergibt für mich nicht so viel Sinn. Aber ich finde die Idee ganz gut. Ich finde es nur ein bisschen dunkel, muss ich sagen. Ich finde das deutsche Cover irgendwie ein bisschen dunkel, weil mehr als die Hälfte, glaube ich, schwarz ist. Auf jeden Fall, das Original sieht folgendermaßen aus. So. Und das ist im Gegenteil fast komplett rot, aber sehr einfarbig, muss ich sagen. Es ist schon ein bisschen, also nicht eine komplette rote Fläche. Es hat auch unten so ein paar schwarze Flecken. Es geht so in schwarz über. Oben ist es ein bisschen heller, orangener. Und oben hat es auch diesen Dry-Schriftzug. Aber diesmal, ja, ist es auch mehr so, es geht so ins Orangene über. Es hat so orangene Flecken, je weiter es nach unten geht. Fast als würde man versuchen, das überzumalen. Aber das sieht eher aus wie so ein Muster und nicht unbedingt, ja, deckend. Ich weiß nicht genau, was das soll. Aber man hat auch hier diesen Wassertropfen, quasi die Form eines Wassertropfens. der auch blau ist, aber dann unten in Flammen übergeht. Was in diesem Fall ja symbolisiert, dass das Wasser austrocknet und es kein Wasser mehr gibt. Was für mich in diesem Fall sehr viel mehr Sinn macht, muss ich sagen. Aber ich finde das nicht so catchy wie das Deutsche. Ich finde das zwar von der Farbe viel auffälliger, aber es ist viel eintöniger. Aber dass in der Mitte dieser Wassertropfen den Flammen übergeht, die ja aus derselben Farbe wie der Hintergrund ist, was bedeutet, dass quasi alles in Flammen steht und alles trocken ist, hat viel mehr symbolische Kraft als das Deutsche Cover. Das Deutsche Cover ist cool, eine super Idee. Aber ich weiß nicht so recht, was das auch sagen soll. Und das ist, glaube ich, das Problem des deutschen Covers. Deswegen könnte ich jetzt nicht beschreiben, welches besser ist. Sie sind beide gut auf ihre eigene Art und Weise und beide auf jeden Fall catchy für das Auge. Kommen wir jetzt zu dem anderen Buch. Auch eins, das ich aktuell, also die Reihe, die ich aktuell verfolge, und zwar der Übergang von Justin Cronin. Sieht im Deutschen so aus. Da ist ein Gesicht drauf, was ich ja nicht unbedingt immer gerne mag. Eigentlich fast nie. Aber in dem Fall passt das irgendwie. Es ist ein junges Mädchen mit sehr dunkelroten Lippen und einem Auge, das zu sehen ist, das sehr hellblau ist. Und sehr, sehr blasse Haut, fast schon schwarz-weiß ist das Bild, abgesehen vom Auge und den Lippen. Und obwohl das Haar sieht man auch, dass es blond ist. Aber es hat auf jeden Fall so einen altertümlichen Flair. Mir fehlen heute die Worte Filter irgendwie drüber. Das sieht man auch an den Rändern, die so ausfranzen, was viele, glaube ich, so altertümliche Filter auf Instagram oder so haben. Was es den Anschein gibt, dass es halt ein sehr altes Foto oder sowas ist. Was ja gut mitschwingt, weil sie sieht ein bisschen vampirmäßig aus, was sie ja auch ist im Buch. Unser Protagonist dann Emi, die 13, glaube ich, ist in der meiste Zeit des Buches. Oder zumindest 13 aussieht. Und sie lebt ja sehr, sehr lange. Was heißt, dass sie zu der Zeit, wo so ein Foto hätte gemacht werden können, vielleicht schon existiert hätte und dann später aber auch. Obwohl es ja eigentlich in unserer Gegenwart beginnt und dann in der Zukunft weiterspielt. Aber man muss es ja nicht so genau nehmen bei Covern, glaube ich. Man sieht auch Sommersprossen und so, dass sie auf jeden Fall mal ein fröhliches Kind war. Was aber jetzt auf jeden Fall nicht mehr gegeben ist, weil sie halt sehr ausdruckslos schaut. Man sieht auf jeden Fall ihr an, dass sie nicht mehr, also aus dem Kindesalter quasi raus ist, dass sie so viel erlebt hat, dass sie frühzeitig hat erwachsen werden lassen. Das finde ich irgendwie cool am deutschen Cover. Das Original Cover sieht so aus. The Passage heißt es auf Englisch. Im Deutschen der Übergang ist ja fast, also, sagt, glaube ich, ungefähr das gleiche aus. Es ist im Original super, ja, ich weiß nicht, viel farbiger auf jeden Fall. Sehr viel Blau und so ein bisschen Gelb in der Mitte, was wahrscheinlich die Sonne symbolisiert, die hinter dem Ende des Waldes auf einen wartet. Aber im Wald ist es ja offensichtlich super dunkel. Und oben sieht es schon fast wie Nachthimmel aus. Sehr Blau mit gelben Pünktchen wie Sterne. Ich weiß nicht genau, wieso es im Wald ist. Weil es kaum im Wald spielt, das Buch. Und es hat auch nicht wirklich was mit dem Wald zu tun. Aber man sagt ja immer, außer dass es in Schränken und unterm Bett, sagt man, hat man ja immer Angst im Dunkeln im Wald, wo dann die Monster leben. Deswegen ergibt das schon einen Sinn. Und dass man halt quasi so nah an dem Punkt ist, der einen retten könnte. Also die Lichtung, wo die Sonne drauf scheint. Aber man trotzdem immer noch in Gefahr schwebt. Das bringt es schon mit sich. Aber wenn ich dieses Cover gesehen hatte, ich hatte niemals gesagt, dass es eine dystopische, postapokalyptische Vampirgeschichte ist. Ich hätte an einen Thriller gedacht, wo ein Serienmörder irgendwen verfolgt. Und deswegen finde ich nicht, dass es unbedingt passt. Es ist super schön, muss ich sagen, weil es ist auch catchy. Aber ich glaube, das Original vermittelt einen einen falschen Eindruck von der Geschichte. Deswegen würde ich auf jeden Fall das Deutsche nehmen. Auch wenn ich keine Gesichter eigentlich auf Covern mag. Aber das hier ist irgendwie gut angebracht. Dann kommen wir zu einem Brandon Sanderson Buch. Ich habe das als Hörbuch gehört. Es gibt da auch mehrere Cover im Deutschen, soweit Google mir das ausgespuckt hatte. Ich hatte auch ein anderes Cover. Eher als Hörbuchcover als das hier. Aber das scheint das erste Cover gewesen zu sein, das das Buch hatte, denke ich mal. Auf jeden Fall kam mir das so vor. Deswegen habe ich es genommen. Das hier ist es nämlich. Brandon Sanderson Sturmklänge. Der Autor des Bestsellers Der Weg der Könige habe ich noch nicht gelesen. Auf jeden Fall sieht man im Vordergrund einen Ritter mit blauem Überhang. Sieht fast aus, als wäre es ein Kleid über der Ritterrüstung. Sieht auch fast aus, als wäre hier so... Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Aber es wäre hier rechts auf der Seite da Platz für eine Brust, für eine weibliche Brust. Kat kann also durchaus ein weibliches Kleid sein über einer normalen Ritterrüstung, was ja sowohl man als auch Frau anhaben kann. Kann also unsere Protagonistin symbolisieren, obwohl wir ja zwei weibliche Protagonisten haben und auch zwei männliche Protagonisten. Deswegen sagt das ja noch nichts. Auf jeden Fall steht der Ritter auf Gestein. Scheint irgendwie ein Berg oder so zu sein. Im Hintergrund sieht man auch links Berge, die abfallen in ein Tal. Und ganz hinten unter dem Son von Brandersen sieht man entweder eine Stadt, die so auf dem Gipfel eines Berges verbaut wurde oder es ist nur ein Schloss. Und ja, ich weiß nicht, was das hier aussagen soll. Ja, es kommen Leute in ein anderes Land und kriegen sich da und kämpfen. Aber es ist nie, ich glaube nicht ein einziges Mal, wird von einem Ritter gesprochen. Es gibt da keine Ritter. Es gibt Kämpfer, ja, es gibt Assassinen. Aber Ritter? Ich weiß nicht, warum man da einen Ritter hat. Es gibt auf jeden Fall auch ein Schwert, wonach das Buch übrigens im Englischsprach benannt wurde. Deswegen würde ich verstehen, wenn das Schwert drauf ist auf dem Cover. Aber es hätte dann auch eine prominentere Rolle haben müssen als so links in der Ecke und wo die Spitze abgeschnitten ist. Vielleicht soll es die Verkleidung symbolisieren, weil ich glaube eine der Protagonisten schleicht sich in den Land am Anfang ein und tut so, als wäre sie ein Mann. Deswegen vielleicht Männerrüstung, aber eigentlich ist es eine Frau, also ein weibliches Kleid drüber, obwohl das ja eigentlich ein Mann wäre, der sich als Frau verpleidet. Aber ja, wir denken uns das mal anders herum. Aber ansonsten hat das nichts mit dem Inhalt des Buches zu tun, gar nichts. Und das, was ich als Hörbuch hatte, war ja noch schlimmer. Es war ja komplett grau, obwohl das Magiesystem des Buches auf Farben besteht. Naja, auf jeden Fall ist das Original das hier. Das hat auch mittlerweile mehrere Cover. Auch ganz viele haben sich geändert und modernisiert und so weiter. Das hier war, glaube ich, das Original-Cover. Brandon Sanderson Warbreaker, was der Name des besagten Schwertes ist. Deswegen ist das Schwert auf dem Original auch gut zu sehen. Direkt unter dem Titel, der der Name des Schwertes ist. Was also definitiv passt. Das ist übrigens Schwert, der das reden kann. Deswegen ist es auch wichtig, die Geschichte. Auf jeden Fall ist eine Frau zu sehen in einem langen, ausfallenden Kleid, die irgendwie sitzt und die Augen zu hat. Und ich glaube, aus ihrem Mund kommt dieses Stück Stoff oder was das ist, das in Regenbogenfarben ist. Auf jeden Fall symbolisiert ist das Magiesystem, das auf Farben besteht, wie gesagt, sehr viel besser. Denn es ist dunkel. Es ist sehr dunkel im Hintergrund, sehr schwarz und so. Aber dadurch, dass die Prinzessin sehr viel blau anhat, blau geschminkt ist und so, der Titel auch ein bisschen was Blaues hat. Und dann aus ihrem Mund diese Farben kommen, symbolisiert es sehr viel besser, worum es in dieser Geschichte geht. Auch mit dem Schwert, nachdem das Buch benannt wurde. Ich glaube, fast besser könnte es nicht sein. Also es sieht sehr alt aus, muss ich sagen. Das ist jetzt kein Kabel, das heutzutage noch so aussehen würde. Deswegen hat man es ja auch ein paar Mal verändert. Aber ich finde, es symbolisiert auf jeden Fall die Geschichte sehr viel besser als das deutsche Cover. Das deutsche ist so ein 0815 fast schon High-Fantasy-Buch. Abgesehen mal von dem Kleid über der Ritterrüstung vielleicht. Deswegen das englischsprachige, auch wenn ich es nicht unbedingt schön finde, muss ich sagen. Ich finde das Deutsch schon irgendwie schöner, weil da auch mehr los ist und so. Aber ja, es passt halt nicht zum Buch. Dann, vorletztes Buch. Bleiben wir mal bei High-Fantasy. Patrick Rothes, Der Name des Windes. Ist sehr bekannt, glaube ich, das Cover, weil das Buch sehr bekannt ist im Deutschen. Es ist auf jeden Fall sehr... Es sieht im Hintergrund fast schon aus wie so eine Papyrusrolle, wo man draufschreibt. Und das wird ja auch unterstrichen davon, dass da irgendwie so Wörter quasi fast im Hintergrund zu erahnen sind. Tut mir leid, wenn ich so selten in die Kamera gucke, weil ich ständig auf das Tablet gucke. Ja. Ja. Müsst ihr, glaube ich, leben in diesem Video. Müsst ihr auf jeden Fall den Rahmen, die Rahmenhandlung der Geschichte, nämlich dass jemand seine Lebensgeschichte erzählt und der andere, der das zuhört, aufschreibt. Und deswegen passt es, dass quasi aus dieser Papyrusrolle mit der Schrift die Geschichte erwächst. Und obendrauf dementsprechend auch der Name des Buches ist, der Name des Windes, in so einer schönen Schrift. Ich weiß nicht, was das sein soll. Irgendwie eine Verzierung oder so. Oder vielleicht sieht es fast so aus wie von einem Baum die Äste oder so, weil da ist ja kein Baum zu sehen. Und ich denke mal, dass unten in der Mitte unser Protagonist zu sehen ist, der irgendwie mitten in der Stadt oder so steht. Links ist irgendwie ein Rathaus, rechts ist scheinbar ein großes Gebäude, ein Schloss. Kann aber auch seine Schule sein. Es spielt groß, also viel Zeit. Das Buch spielt an einer Universität, wo der Protagonist hingeht. Und der hat ein Schwert, glaube ich, und einen Stab. Also es passt schon sehr gut zu der Geschichte, muss ich sagen. Auch wenn man da mehr vielleicht Universitätszeugs hinpacken hätte können. Aber ich finde, es ist auch sehr detailgetreu, detailreich unten. Man erkennt da sogar so Menschen, die auf irgendwelchen Tieren reiten und so. Finde ich auf jeden Fall sehr schön gemacht. Sehr catchy auch. Das Original? Nicht so sehr, muss ich sagen. Sieht nämlich so aus. Also das allererste Cover. Da gibt es auch mittlerweile mehrere Cover. The Name of the Wind. Dasselbe, derselbe Name. Patrick Rathas. Aber dieses Cover, was zum Geier ist, dieses Cover. Man sieht eine Landschaft, die komplett im Blau und Weiß und Schwarz dargestellt wurde. Man sieht einen einsamen, komischen Baum. Ich weiß nicht, was für ein Gartonbaum das ist. Aber es sieht auf jeden Fall nicht wie ein normaler Baum aus, den wir so in unserem Land haben. Sieht schon nach einem exotischeren Land aus. Obwohl der Rest drumrum Gräser und so Berge und so hätte auch bei uns sein können. Aber es gibt es ja auch überall. Und dann links steht diese Gestalt in einer Kutte, wo man gar nichts sieht. Man sieht es, glaube ich, auch. Ja, der steht, glaube ich, mit dem Rücken zu einem. Obwohl man sich da nicht so sicher sein kann, weil das Cover schon arg dunkel ist. Aber ich glaube, ja, der steht mit dem Rücken zu einem. Man sieht nur dunkle Kutte. Ja, und ein Gürtel. Und das war's. Man sieht nicht mal ein Schwert oder irgendwas. Das ist auf jeden Fall so ein generisches Fantasy-Cover. Vielleicht könnte das sogar ein Thriller sein. So ein a la Da Vinci-Code-Thriller. Das könnte ein Mönch sein. Und wer weiß. Wer weiß. Das hier ist auf jeden Fall super langweilig, muss ich sagen. Es sagt überhaupt nichts aus über das Buch, über die Geschichte, worum es da geht. Das ist wirklich quasi ein Cover, was ich selber in fünf Sekunden erstellen könnte. Einfach ein Bild runterladen, so einen Filter drüber machen, so einen Typen da rein Photoshoppen und dann den Titel und den Namen des Autos fertig. Also es sieht auf jeden Fall nicht so aus, als hätte sich da jemand besonders viel Mühe gegeben. Und das letzte Buch für dieses Video ist ein Buch, das ich definitiv hier habe, wo ich aber das Cover nicht habe. Der Medimops es mir nicht geschickt hat. Ist dementsprechend Monsters of Verity. Dieses wilde, wilde Lied von Victoria Schwab. Im Deutschen sieht das Cover so aus. Ja. Oben und unten Rauch. Und die Stadt geht quasi auch in Rauch auf. Zumindest unten. Man sieht, es ist quasi gespiegelt da, wo der Name des Buches steht. Der Name der Geschichte. Oben ist so die shiny Stadt, wo alles schön sauber ist und aufgeräumt und die Sonne gerade aufgeht. Und unten ist die dunkle Seite, die so in Rauch aufgeht, wo alles eher sinnhafter ist. Und wer schon gehört hat, dass ich über das Buch geredet habe oder ihr habt selber gelesen, weiß, dass die Stadt da ja auch in zwei Teile aufgeteilt ist. Und eine Stadt ist mehr zivilisierter. Und das geht da besser zu, weil der Gangsterboss da auf jeden Fall den Stadtteil gut unter Kontrolle hat und die Monster unter Kontrolle hat. Aber dafür auch sehr hohe Geld von den Leuten kassiert. Schweigegeld quasi. Oder Beschützergeld. Und die andere Seite ist eher mit freundlicheren Menschen, die einander helfen, bestückt. Aber dadurch herrschen halt die Monster auch sehr viel mehr da drin und wüten eher da drin. Deswegen ist die untere Seite, ich glaube, die das symbolisieren soll, auch eher düsterer. Kann aber auch sein, dass es am Tag einfach normale Stadt ist und dann, wenn es Nacht wird, unten kommen die Monster hervor. Hat also eine doppelte Bedeutung. Was ich super finde an diesem Cover. Ich finde die Farben sind auch sehr gut gewählt. Schild, Silber, Grau, Schwarz, so ein Blau ist hineingemischt und halt dieses helle Weiß, was die Sonne symbolisiert und die Hoffnung. Ich finde das hat was. Es ist total catchy. Man will wissen, was hat es damit auf sich. Und das ist auch sehr, sehr schön, muss ich sagen. Und passt auch zu der Geschichte. Es hat, also die Geschichte ist auch sehr düster teilweise, aber auch immer noch trotzdem Jugendbuch mit ein bisschen Hoffnung und so. Deswegen finde ich, es passt echt gut zum Buch. Und das Original-Cover, ich weiß nicht. Ich hatte mir unter dem Original-Cover definitiv eine andere Geschichte vorgestellt. Nämlich, so sieht das aus. This Savage Song ist ja dieses wilde, wilde Lied. Nur, dass halt da nicht Monsters of Variety draufsteht. Was, glaube ich, der Name der Reihe ist. Ich weiß nicht, was ich über dieses Cover sagen soll. Man sieht auf jeden Fall die Umrisse einer Geige, glaube ich. Was dieses Rote ist. Was direkt unter dem Namen der Titel ist. Der Titel überwiegt alles. This Savage Song. Ist auf jeden Fall sehr prominent obendrauf in weißem, sehr ins Auge springenden Schriftart. Sehr schön. Aber es lenkt halt sehr ab von dem Hintergrund, was ich schon gerne näher betrachten würde. Das ist ein bisschen das Problem. Auf jeden Fall, wie gesagt, Geigenumrisse, was passt. Weil der männliche Protagonist Geige spielt öfters. Und das auch ein großer Part seines Lebens ist. Und ja, was mit dem Fantasy Aspekt auch zu tun hat. Und durch diese Umrisse der Geige in rot-orangstönen, wo oben auch die Sonne zu sehen ist, sieht man so ein bisschen so eine Straße. So eine typische New Yorker Straße zwischen zwei Hochhäusern. So ein kleiner Weg, wo halt Mülltonnen stehen, rechts und links. Und wo meistens irgendwie Obdachlose dazwischen liegen oder weiß weiß ich. Und so sieht das halt auch aus. Man sieht auch im Hintergrund ein großes Hochhaus aufragen, direkt hinter dieser Gasse. Und es könnte sowohl Nacht sein, als auch tagsüber. Wie gesagt, da oben ist die Sonne. Könnte also auch schon Tag sein. Hat also sowohl was von düstere Gasse bei Nacht, als auch Hoffnung und Sonne bei Tag da oben. Ich muss sagen, rechts und links, vielleicht weil das Bildschirm so reflektiert. Aber ich sehe nicht, ob links und rechts noch irgendwas ist, außer schwarz. Ich weiß, es sieht da irgendwie so Flecken. Aber was das sein soll, kann ich jetzt bei diesem Bildschirm nicht sagen. Sieht ein bisschen wie Holz aus. Vielleicht sehe ich das ja, wenn ich das Bild hier einfüge. Vielleicht schreibe ich dann hier was dazu. Sieht auf jeden Fall bei oben bei der Geige, wo diese Nüppel sind, die man so dreht, auch nach so einem Schnüren aus. Aber das gibt es ja bei einer Geige. Aber könnte auch sein, dass das eine Brücke symbolisieren soll, die dann im Dunkeln ist. Ich weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall bei diesem Cover, bei diesem Titel hätte ich wirklich nicht das Buch erwartet. Es hat ja was düsteres Dunkles. Aber durch diesen prominenten Schriftzug, wo es ja offensichtlich um einen Song geht, hätte ich eher was Contemporary-Romance-mäßiges erwartet, muss ich sagen. Es hat Romantik drin, es ist ein Jugendbuch. Aber es ist schon sehr dunkle Fantasy und das, finde ich, spiegelt das nicht wirklich wider. Ich mag das Cover, es ist ganz hübsch. Aber ich finde nicht, dass es die Geschichte so gut widerspiegelt wie das deutsche Cover. Aber deswegen bin ich auf jeden Fall auf der Seite des deutschen Covers. Halten wir fest. Gehen wir nochmal zurück zum Anfang. Dry weiß ich nicht. Da bin ich unentschlossen. Bei Übergang auf jeden Fall Deutsches. Schon mal eins für Deutsch. Bei Brandon Sanderson das Original, also eins zu eins. Bei Der Name des Windes Deutsch, zwei zu eins. Und bei The Service Song oder Master of R.T. auch Deutsch. Also drei zu eins. Und eins unentschieden. Also haben die deutschen Cover heute gewonnen. Wow. Damit hätte ich nicht gerechnet. Ich habe nämlich mir vorher keine Gedanken darüber gemacht. So ist es rausgekommen. Was sind eure Favoriten? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bye.